Ich glaube jetzt nur noch kurz boxen Larry ein und gebe dem dann gleich noch 100 Pumpkin dran, siehst du so. Ne, oder 20. Ne, Marius, diesem Hater-Club, die ist richtig, die ist on fire, Alter. Alles was ich sag, die wird direkt zerberstet. So, ich hab's gleich. So, jetzt hat er einen 1er-Besen und 56 Pumpkin dran, siehst du, der 1er-Leach. Ich flieg auch schon mal los. So, ach, Moment, ich brauch noch den Magic-Stick, Leute, den hat Dela noch. Oder soll ich mit Dela upgraden? Nein. Fuck Dela, boys. So, also Magic-Stick plus 18. Also eigentlich mit 301 A-Products, von 18 auf 19. Was Vergleichswerte, Durchschnittswerte angeht, also eigentlich muss, dass es machbar ist, weil ja schon mal 300 drin sind. Okay, das war ein eindeutiges Zeichen vom Spiel. Holy shit, eindeutiger geht's gar nicht mehr. Einfach, einfach weggeflexed. Holy shit. Könnt ihr ein bisschen Boxen-Larry bestaunen. Oh boy, Boxen-Larry. Kappa. Ich könnte natürlich auch grüne Möbel, by the way, zum Slabin anmachen, aber... Wär übelst der Waste und macht zu wenig Unterschied. Aber da hat sich Piccolo gedacht, Junge, den flexen wir erst mal weg. Kannst du mir sagen, was LSD-Maske M, Rudolf-Head M und Freestyler-Suit wert ist? LSD-Maske, angeblich 22 Milliarden plus. Rudolf-Head, würde ich 2 Milliarden sagen und Freestyler-Suit, eine Milliarden 1,5 oder so. Sollte doch D-Larpen, offensichtlich, ja. Einfach weggehauen, Alter. High-Quality-Content. So. Back at it again, boys. So, nach dieser kleinen Unterbrechung. Natürlich geplanten Unterbrechung. Gleich mal Ziel-Bonus auf 19. Oder scheiß drauf, lassen wir es auf 20... Aber nein, 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 nein. Kann eigentlich nur nach hinten gehen. Hinten losgehen. Dann, seid ihr bereit? Ich will, dass ihr ausrastet. Box and Larry, Road to Hero confirmed. Span and Jerry time. LSD-Maske 22 Milliarden wert. Verkauf LSD-Maske. Ja, ich weiß nicht, irgendjemand, also keine Ahnung, alle sagen, dass sie so viel wert ist. Also, das gehe ich einfach mal davon aus. Hoffen, du weinst danach. Ey, danach kann ich weinen, fett sein und Eis fressen. Plus 18 Pax, oh, danke. Jetzt weiß ich wieder, wie er heißt. Kahn. Okay. Spiel will dich abhalten direkt, Max Appen. Okay, keiner von euch rastet aus, ich merke schon. Muss ich mir erst mal ein Bier aufmachen. Dann, Prost. Das Gute hatte zwei, fünf Qualitätsbier. Also, Boys. Dann, drei, zwei, eins. Woo. Und yeah. Failure, failure, failure. Woo. Gleich nochmal. Es hat so viel Spaß gemacht. Yeah. Yeah. Braucht man, braucht man dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Das ist doch. Das ist doch. Woo. Easy. Da habt ihr verdient, weil ihr mir alles auf WD-Fuß. Ihr habt mir alle Pech gewünscht. Deswegen hat es jetzt geklappt. Und zwar jetzt habe ich vollkommen sonst 300 A-Products gekauft. Leute, kann ich dann in mein Dinners-Set knallen. Nice. Können wir gleich mal umtauschen. Yeah. Kaum schon, plus 20 liegt auch noch drin. Nein, nein. Man sollte sein Glück nicht überstrapazieren. Man sollte sein Glück nicht überstrapazieren. Cheer von Flame hat es gerissen. Flame? Flare meinst du? Hab doch gesagt, du bist ein Specialary. True Mike, du hast es gesagt. Ich klicke immer den falschen Schneemann an. Ah nein, das ist auch. Moment mal, wo tauscht man den Scheiß nochmal? Ich vergesse es jedes Mal wieder. Nee, bei dem Vieh. Einige Scheiße. Das sind alles Schneemänner. So, jetzt nicht verkacken. 2017. Plus 19. Yes. Und wow, was wird da drin sein? Yeah. Oh, nichts. Doch. Noch eine Upgraded Black Panther Mask. Okay, sehr geil. Das heißt, jetzt brauche ich nur noch ein zweites Dinner Set. Aber das habe ich ja gesagt. Das kaufe ich mir. Danke an Juncker, habe ich gehört. Danke dir. Ich weiß, dass ihr alle für plus 20. GG, Mittelfinger musst du aber nicht zeigen, du Assi. Entschuldigung, Marius. Entschuldigung. Ich weiß, dass ihr alle für 20 wert. Danke dir, Juncker. Aber sorry. Nach der Aktion. Also letztes Mal ist es so schlecht gelaufen. Ich weiß, es gibt Leute, die noch mehr Pech hatten, aber nach dem letzten Mal, nope. Wenn ich noch mal 2000 A-Products hätte, würde ich es machen, aber habe ich nicht. Und mit 280 probiere ich ganz sicher nicht so auf plus 20 zu upgraden. Das ist, äh, keiner lebensmüde. Und yo. Aber sehr geil. Sehr geil. Perfekt. Dann können wir direkt Labeln gehen. Hat sich ja viel verändert, Kappa. So. Bei deinen Videos hatte ich Pech und Gönn dir hier richtig. Schon nice. Tja. Das heißt, du musst upgraden, wenn ich streame, nicht wenn ich Videos mache. Mystery solved.